Das Krippenreich des Erwin Auer Klein ist sie nicht, diese Weihnachtskrippenschau. Die Variationen der Darstellung sind grenzenlos wie das Universum selbst, da wo immer und immer wieder das Wunder passiert, die Geburt des Kindes. Eine Welt für Fantasie, Meditation und Andacht. Im Krippenreich des Erwin Auer kann dies in reicher Fülle erlebt werden. Im Krippenreich des Erwin Auer 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 Im Krippenreich des Erwin Auer